hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folgen orient the blind forest wir sind wieder am start der geschehnisse versuchen noch diese geheimnisse aufzudecken die wir damals nicht erreichen konnten mit unseren jetzigen den jetzt erlernten fähigkeiten doch nicht hoch den schuss monster etwas ähnliches das hier aber vielleicht auch nicht wie möchte ich kommt man von der anderen seite vielleicht hin ok egal ob ich hier besser mal speichere das war so eine stelle und mir auch gefällt sind und auch gestorben sind damals da drüben ist was ja genau die stelle eigentlich wurde nächstes nicht alles rüber noch also was sie kriegen dahin und dann boden aufschlagen vielleicht wenn es bald erfahren ach tatsache schaut das an das haben wir echt gesehen dass ich das war versteckt so dass wir trotzdem hier noch kurz drüben irgendwie darüber zu kommen ich weiß nicht die energie zeit kommen an kommen soll komisch hat diese wird eigentlich angezeigt aus ob sie geben ganz komisch und egal müssen sie weiter durchs energietor wo noch diese geheimnisse drüben an zu klären das ganze bereich den man vorher nicht erreichen konnte was für gespenstes monster ey ich hoffe es macht sich halt nicht gebraucht ich speichere mal ja gut danke vielmals dann haben wir drüber gesprochen okay das war nicht ganz sehr für eine feine art mein gott mein gott komm ich hier denn hin okay hat sie jetzt ouch okay ich weiß schon wie ich weiß schon wie super ich hätte ihn gebraucht ich glaube schon weil mit dem komme ich da an diese vorstieg und von da aus guck der an und das war ja gar nicht was war das jetzt bitteschön ok also ich sozusagen nicht dahin kommen sollte weil die schütze kann ich ableiten ok die sind ja gar nicht notwendig hier ähm warte mal lass mich hier töten mal ja dann müssen wir ja gar nicht da durch eigentlich ok dann werde ich dann einfach diesen Boden hier aufstampfen oh war der Fall ist hier zum bewegen ja ist bis zum bewegen aber wie ist denn das bitteschön oh wie ist denn das geil jetzt muss ich den zerhauen und gleich sogar mich festhalten boah also die haben hier echt geile Rätsel das muss man sich zugeben so dann schauen wir mal ok wir stehen auf dem Stein schieben wir mal ein bisschen gegen das Feuer hoff ich mal nicht dass das Feuer was sich kaputt geht äh ein Stein plötzlich zerstört wird so sehr schön Energiezelle so so wir haben jetzt alles hier geht es noch weiter durch dann ähm so übermächtig irgendwie ich habe das Gefühl ich habe viel mehr Power jetzt vielleicht weil ich jetzt hier Sachen habe keine Ahnung ja ja da kommt tatsächlich jetzt durch aber damals war die Vermutung dass ich das aufsprengen könnte eventuell wenn ich den Power so jetzt ist die Frage da oben noch was ähm da auch komm ich da hoch das ist das werden wir sehen ich meine Entschuldigung wenn ich die Karte auf mache aber ich möchte halt alles erwischen nichts verpassen da muss ich öfters auf die Karte schauen wo ich glaube ich mich befinde zum Beispiel hier hoch komm schieß komm schieß aber der schießt gar nicht super oh kacke vergessen da kommt ein kleiner boh man voll reingefallen ähm unglaublich das erste mal hier gemacht habe habe ich mich einmal getroffen und jetzt fähre ich es dermaßen ey ja so die 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 ион zwei ich fähre exponentially fehl Oh, ich habe eine neue Fähigkeit von 4. Ähm, wir bauen noch 1, dann würden wir noch weiterkommen. Sonst sind wir hoch kurz, um mal anzuschauen. Ah ne, das ist mein Tor. Können wir so aufsprengen? Easy. Oh ne, warte mal. Da war doch irgendwas mit dem hier. Enos war hier damals. Ok, ich glaube das war schon ein Fehler jetzt. Den ich erwischt habe. Ich habe damals keinen Doppelsprung gehabt, da kam ich nicht mehr hoch. Das war das Problem. So, ok. Ja, es scheint so, als müsste ich jetzt hier unten zum Beispiel weiter. Gehen wir es da hin. Da oben ist auch noch eine Gehezeile. Ich habe sie nicht gehoben damals. Was? Kam da gar nicht da hoch. Konnte ich da schon aus Wände laufen? Fragen, wir fragen. Was? Boah. Der hat uns ein Gehe gegeben vielleicht. Okay. Rabe. Blöder Rabe. Wieder einen richtigen Punkt. Boah, wir könnten jetzt schon fähig einen freischalten. Das will ja uns ja echt abheben. Das will ja uns ja echt abheben. Ähm. Ja. Da wird es schon noch weiter gehen. Wir müssen ja eh noch wieder zurück, denke ich einmal. Oder wieder später. Oder? Oder? Eigentlich nicht. Also, ich komme hier nur durch. Wir können oben durch und unten durch. So gut, da ich schon hier bin, gehe ich jetzt da durch. So, sehr schön. Ähm. Ja. Und runter. Wir haben jetzt eines geholt. Ich denke, ich speichere es hier beim Baum gleich mal. Ich habe sogar noch den Speicherpunkt. For free. So, Fähigkeiten. Ich muss vielleicht auch mal schauen, was wir hier so in... Okay, das sind Sachen, wo ich weiterbringe auch. Das ist geil, oder? Okay, versteckte Bereiche. Boah. Das ist doch geil. Ein dritter Sprung. So, was haben wir hier noch? Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich schon fast äh... Ich brauche auch mal was killen hier. Jetzt brauchen wir alles drei, ja. Oh, der Baum sieht jetzt schon wunderschön wieder aus. Jetzt, wo er wieder einigermaßen ein bisschen hergestellt ist. So, Tal des Windes. Ach du, du blöder, blöder Vogel, ey. Du, du blöder, blöder Vogel, ey. Wir haben hier die Karten noch nicht. Wunderschön wieder hoch. Da habe ich den dritten Sprung jetzt. Da kann ich hier ums Eck springen. Ach, geht da hoch. So, speicheln wir mal. Okay, dann gehen wir mal schauen, was ich... Räumen ist... Aha. Da drüben wir uns eine Zelle. Oh, genau. Ich habe mich getroffen, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wo mich das hier hinbringt. Du hast jetzt Atme inzwischen? Habt ihr schon das gilt? Es scheint so. Ich fühle mich hier gar nicht mehr weilen, ja. Wir haben ja jede Zeit der Welt. Okay. Ich bin im Schalter. Ähm. Ich speichel mal. Keiner weiß, was ich gerade mit dem ausgelöst habe. Oh. Ich glaube, das war nicht gut. Das war jetzt der. Dass es der war. Ja. Oh, what? Ja, super. Super. Das Einzige, ich habe jetzt, dass... Boah, so schnell kommt er gar nicht runter. Ich bin im Kopf und durch. Gibt es eine Fähigkeit, wo man schnell schwimmen kann, irgendwie? Ich bin egal, welche Fähigkeit es schaffen könnte. Eigentlich nicht, also eigentlich, äh, müsste es funktionieren. So, jetzt kann ich zu, mit der Hälfte von den Kosten mich speichern. Okay. Hm. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Komm ich mal unten rein? Okay. Ich glaube, das muss ich mal lassen, das Rätsel, weil ich, ich sehe, ich sehe die Lösung nicht. Auf jeden Fall angenehm unter Wasser jetzt, wenn man weiß, man hat unendlich Sauerstoff. Okay. Ich nehme die zweite. sehr schön das feiere ich doch ha geil danke für Klopst, dass mir das leben wird ähm, ich spreche mal ich brauche jetzt noch eine Energiegrube dafür das wieder eine und wieder ein Level Up ja Level Fortschritt ok ok ich spreche mal kurz mein Gott ey ok verlasse mich die Region wieder oh ich seh schon wir haben ja was noch ist entdeckt ok alles klar ja wir sind hier schon lange über das Ziel hinaus geschlossen ich bedanke fürs Zusehen wenn es dir gefallen hat lasst mir ein Like da und schaltet beim nächsten Video ein und es heißt orienter bleiben bis dann tschüss tschüss bis dann